so halli hallo hallöle und zwar ich war gerade bei meinen prothesen bauer und da haben wir den endgültigen schaft aus carbon noch mal ein bisschen angeschnitten angepasst und ausprobiert ja jetzt habe ich ihn an bin noch in leverkusen und werde jetzt gleich zu hause ankommen und dann noch mal das video zu ende drehen euch ein bisschen zeigen wie der schaft aussieht und was er so mit sich bringt ich finde optisch cool mir gefällt er auf jeden fall vom tragekomfort kann ich jetzt natürlich noch nicht viel zu sagen eventuell mache ich es auch so dass ich jetzt erst mal zwei drei tage laufe und das video später abdrehe damit ich noch einen anderen eindruck habt von der ganzen geschichte weil wir haben auch schon vor ort ein paar veränderungen gemacht bezüglich sitzkomfort und aussparung für die kniescheibe die hat ein bisschen weh tut wenn ich sitze weil das gewicht halt drauf drückt auf die kniescheibe ja somit sehen wir uns in wahrscheinlich zehn sekunden für euch für mich ein paar tage zehn sekunden später für euch für mich genau drei tage später zwei tage später ich konnte mir jetzt einen eindruck verschaffen wie die prothese so läuft wie der schaft ist wo es ein bisschen drückt wo man so angepasst werden und 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 fand ich ein bisschen besser auch fürs video glaube ich ich habe einfach dann ein bisschen mehr zu erzählen wenn es halt alles frisch ist bis zu ein bisschen gehypt und begeistert und 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 ich würde dann doch gerne dann schon ein bisschen ausprobieren ich glaube das war die bessere entscheidung ja dann zeige ich euch mal was ich denn so neues bekommen habe so was aber da wir haben jetzt den aktuellen carbon schafft das sollte man auch auf den bildern sehen die maserung des carbons ich fange mal von vorne an und zwar wir haben hier das ventil das ist die sicht von vorne mal mal genau gesagt das ventil haben wir jetzt auf der seite bedeutet dann links innen und diese aussparung ist halt wie schon erwähnt die geschichte mit dem ja wegen der kniescheibe die idee war dass die kniescheibe nicht direkt einem material anliegt hier drunter ist ein silikonschlauch das ist relativ weich das zeige ich euch gleich weiter oben ihr müsst euch vorstellen das ganze material ist aus carbon handgefertigt und 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 das ist für die kniescheibe in meinem fall mussten wir das machen wir mussten irgendeine lösung finden wie wir das in griff kriegen dass die kniescheibe halt ja immer wieder ins material kommt und immer reibt oder was und das tut hat auf dauer weh da müssen wir das ist noch nicht die endlösung das war jetzt erstmal die idee lieber ein bisschen weniger ab machen als zu viel weil wenn ab ist dann ist ab klingt logisch seitenansicht ventil wie gesagt auf der seite das kann man auch ausdrehen um dann rauszukommen aus den schaft oder man drückt diesen knopf hier das ist jetzt nichts neues hinten wird interessant hinten haben wir die möglichkeit wir haben hier eine aussparung gemacht bedeutet wir können dadurch ein bisschen mehr sitzkomfort generieren bedeutet wenn ich so sitze wird sich ja genau auf dieser aussparung diese aussparung sorgt dafür dass die prothese hier in diesem bereich nicht so hart ist ist auf jeden fall viel mehr komfort also ich muss sagen das macht eine menge aus wir hatten das auch schon vorher thematisiert wenn es nach mir gehen würde könnte man sogar den ausschnitt weiter runter machen aber irgendwann kommst du halt an der grenze weil du ja eine dicht lippe hast hier innen die du mit dir über den stumpf machst und da kommt dieser ausschnitt in der dicht lippe entgegen und dann haben wir halt kein anderes mit hartes material mehr um das abdichten zu können weil nur das hier was halt relativ weich ist das kann man sehen würde nicht reichen ja mit den nieten wurde das versehen da wurde dieser gut mit befestigt dieser gut ist exakt ich könnte sogar schwören dass das aus dem auto ist es ist wie das material vom anschnallgurt es fühlt sich genauso an es ist halt gleich ist auf jeden fall ein sehr sehr cooles gimmick weil du dadurch halt echt besser sitzen kannst wenn jetzt zum beispiel so ein holzstuhl hast oder was so ein kunststoff stuhl besitzt hat nicht direkt auf dem material sondern auf diesem material ihr seht ja wir haben außen das carbon die ganze carbon geschichte und hier innen der nennen wir es mal silikonschlauch das ist ein etwas härteres gummi was man auch bewegen kann das sieht man hier der ist auch eingeklebt in diesem fall ist er eingeklebt längst sobald ich das verstanden habe mit einer art doppelseitigen klebeband einfach nur damit eine gewisse stabilität hat und nicht hin und her rutschen kann das funktioniert auch gut also wer hat sich bis jetzt nicht einmal gelöst oder sonst irgendwas das ist jetzt rechts außen hier ist der innenschenkel und das natürlich ein bisschen ausgeschnitten ein bisschen abgesenkt dass du da dir nichts weg klemmt als man was als frau wahrscheinlich auch passieren kann es wird aber so gehandhabt dass du hier nach innen ein bisschen abflachst so kommen wir wieder zum äußeren teil ich muss mal gucken dass man das in der kamera sieht ich habe gefragt ob wir das machen können diesen ausschnitt weil wenn ich zum beispiel nach rechts kippe und versuche mit dem oberkörper auszugleichen dann habe ich oft das problem dass mein knochen also der oberschenkelknochen außen hier an die kannte gekommen ist und das hat weh getan hat man kennt das aus der schulzeit waren immer die jungen kollegen und schulkameraden die dann so genanntes eisbein gegeben haben also in meiner generation war das hast du mit dem knie halt die seite reingehauen also hier im oberschenkelbereich und ordentlich weh getan und es hat mich halt gestört wenn ich immer mal ein bisschen gewicht ausgleichen muss wenn zum beispiel unebenes gelände oder so da ist dann hat es weh getan deswegen haben wir den ausschnitt hier gemacht damit das ein bisschen arbeiten kann und ich hier im prinzip hat man ein bisschen gehört gerade da war es klebt war so habe ich keine schmerzen mehr was das betrifft das klappt auch sehr sehr gut das ist die prothese jetzt im ganzen wir haben natürlich den fuß drauf der aus silikon ist und man sieht man kann zusammendrücken man könnte sogar klipflops anziehen würde ich aber nicht empfehlen weil ich habe es noch nicht probiert sagen wir mal so vorteil ist natürlich an dem fuß du musst dir nicht die fußnägel schneiden und für frauen du kannst du lackieren ich könnte jetzt diese verschadung hier abmachen damit man mal sehen kann wie das aussieht mach ich aber nicht oder doch schau mal habe ich es hinkriege habe ich noch nie gezeigt also ich habe probiert den fuß abzukriegen also dieses silikonzeug hier ich glaube gibt ein spezialverser wo du hier mit reingehen kannst und hebeln kannst also hier unten also mit der hand kriege ich es nicht einfach so ab ich will auch nichts kaputt machen ich habe euch aber mal in einem anderen video ein bild eigentlich ja doch habe ich mal reingehauen und dann konnte man sehen wie das ungefähr aussieht dass das eine feder ist ja das ist auf jeden fall das genium gelenk immer noch was ich aktuell habe und ist auch sehr 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 schätze weil es wirklich mega 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 gut funktioniert es jedoch optisch gut aus muss sagen mit allen drum und dran in einer schönen schuh drauf hast dann kannst du da auch mit kurzer hose rumlaufen gut hier vorne das loch da kann man ja ein smiley drauf malen wer da lust drauf hat aber so weit bin ich da noch nicht was kann ich zum komfort sagen also es läuft sich auf jeden fall gut es ist angenehmer die ausschnitte die haben auf jeden fall ihren ihren zweck und ihren sinn was auch eine tolle sache ist leider ist aktuell ich habe wieder ein bisschen abgenommen dadurch ändert sich natürlich der stumpf auch der sich sowieso immer wieder ändert weil er halt am ende wirklich nur noch haut und knochen ist außer ein paar muskelpartien ja und jetzt das problem dass ich aktuell mit der kniescheibe ein bisschen zu viele probleme habe und ich probiere da jetzt so ich probiere mich ein bisschen aus aktuell mit ein bisschen einlagen rein machen und arbeite im prinzip ein bisschen vor für den prothesenbauer das hilft ihm das hilft mir und am ende kann man sich dann ein bisschen beraten und schauen wie genau kriegen wir das sind dass die kniescheibe jetzt nicht mehr zu viel reibt oder dass sie halt vielleicht ein bisschen enger anliegen muss weil sie im moment so viel platz hat weil ich tendiere dazu dass es aktuell so ist dass ich weil ich wieder ein bisschen abgenommen habe die kniescheibe jetzt ein bisschen spiel hat ihr müsst euch vorstellen wenn das jetzt die kniescheibe ist also mal so ungefähr genau wie hier der knochen jetzt der fingerknochen ist es bei mir auch dass eine kleine ecke von der kniescheibe rauskommt linke seite und diese kleine ecke scheuert immer wieder ein bisschen oben an die decke dran ist unangenehm auf dauer und wenn du das hat eine lange zeit machst dann ist das so gereizt dass du da echt probleme hast deswegen bin ich jetzt dran die woche wird jetzt ein bisschen schüfteln und probieren ich habe da zum beispiel ich weiß nicht ob man das kennt aber das sind so dem matten für schallillusierung schallillusierung isolierung die habe ich jetzt ein bisschen angepasst und setze mir die genau dahin sieht gut aus aber ich schaue halt wo kann ich das hinstellen oder hin kleben damit ich ein bisschen mehr komfort habe aktuell habe ich eine position gefunden und bin sogar ein bisschen fester in der prothese drin dadurch wackelt weniger somit würde ich jetzt sagen habe ich aktuell ein bisschen zu viel spiel in der prothese in dem schafft obwohl der an neu ist und angepasst ist aber da sieht man schon dass ein zeitraum von ungefähr zwei wochen jetzt vergangen und ich habe in den zwei wochen auch schon wieder was verloren an volumen es ist auch sommer ist ein bisschen wärmer du schwitzt du bist ein bisschen aktiver und 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 das kommt alles zusammen und deswegen müssen wir da jetzt ein bisschen was machen wäre natürlich ärgerlich wenn wir jetzt eine extrem große veränderungen machen müssten weil das hier natürlich aus carbon ist handarbeit eine einzelanfertigung und das ist nicht günstig deswegen werden wir erst mal schauen was für möglichkeiten wir haben es gibt etliche möglichkeiten dinge die man da bearbeiten kann schauen wir mal im großen und ganzen muss ich sagen es ist immer noch nicht das endergebnis wo ich sage wow jetzt bin ich perfekt zufrieden aber das ist einfach liegt daran dass der stumpf sich immer wieder verändert und aktuell ist es bei mir so dass er sich recht schnell verändert durch die gewichtsabnahme ist zwar schade weil ich dachte komm jetzt kannst du mal ne füße hoch und oder fuß hoch und sagen feierabend jetzt kannst du dich zurücklehnen und genießen geht halt so ist es nun mal ja im großen und ganzen muss man sagen meine prothese ist weitestgehend durch bei der krankenkasse also das ist alles erledigt kostenübernahme wir haben den endgültigen schaft müssen nur noch aus tüfteln und 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 habe ich ja gerade schon erzählt brauche ich nicht noch mal zu wiederholen und optisch muss ich sagen sieht es auch weiß aus ich finde optisch cool ich habe mich für das schwarze carbon entschieden weil ich halt optisch auf jeden fall viel passender findet zudem für den genium gelenkt ich habe noch die möglichkeit ein blaues oder rotes carbonfaser gedöns zeug zu nehmen finde ich aber farblich nicht neutral genug um damit ein bisschen rumspielen zu können hier zum beispiel es hat geschmackssache ich fand schwarz gut ich hätte am liebsten sogar noch ein etwas helleres carbon genommen das gab es aber nicht also ein bisschen mehr in anthrazit richtung aber ich bin zufrieden viel mehr habe ich gar nicht zu sagen wird euch eine schöne woche schönes morgen eine genießt das wetter auch wenn der sommer im moment sich bedeckt hält im wahrsten sinne des wortes und somit wünsche ich euch einen schönen tag